Die Schämmerer daheim, woher? Ist hier eine Schämmerer daheim, woher? Wir müssen zusammenhalten. Fragezeichenstufe. Soll ich die Schämmerer? Der ist keine Magie! Es geht! Die Dunelmanner! Da ist ein... Großtesten. Nein, der hat sich gar nichts getan. Aber er hat irgendwie die Lebensanzeige runter. Hm, wie ist das passiert? Alter, voll die Göttermusik. Momentan nicht möglich. Was ist das? Was ist das? oh er steht auf nicht gut dass er aufsteht das heißt er macht ernst oh das sieht aber gut aus haut drauf haut drauf wir haben ihn oder auch nicht what the fuck ist das für diesen schwert ah er ist es mahamud wird ihm erschwert war Boah! Alter! Nein! Es war's noch nicht. Das war's noch nicht. Nein! 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 Duh! Duh! Ahh, du bist Kale. Oh oh. Oh oh. Oh-oh, Romto, ich heide dich. Was ist denn der Sterbliche gegen? Romto, ich heide dich. Das ist ne Verarscher, oder? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh, ich heide dich. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, ich heide dich. Was ist da? Oh, der schwört hier rum Der benutzt die Lampen auch Scheiße Oh, der schwört hier rum Oh, der schwört hier rum Hey, was war das gerade? Gut, wir können ihn raufhauen. Rubinlicht. Das war schon. oh grad johannes ich helfe hier warte scheiße ist er die langen auf mit das ist immer hinter mir her der wichstschädel du hast ein paar gegants was ist der was ist hier kaum was Was ist da? Oh, da. Oh, oh, Prompto. Nein, Prompto ist tot. Oh, das ist das. da beschwören wir mal die heißen weiber von damals von eben was sieht so epic aus so Hammer, Alter. Hammer! Das Ende der Nacht zum Thron soll begeben. Die Zitadelle ist wieder zurückgekommen. Noch ein bisschen. Es wäre ja ein bisschen dämlich, wenn die jetzt noch hier zu Gegner einbauen. Ähm, der Aufzug ... Was? Hey. Was ist das? Ach da. Sieht schon cool alles aus. Sieht schon cool. Sieht schon mal, Ouro? Sieht schon mal, Arden. Sieht schon mal. Alles, wenn ich zurückgebe. Ja. Ich werde einen Schuss machen. Ich erinnere mich, wenn ich mich um Herrn zu treffen. Ja, ich bin hier. Ich bin auch hierher gekommen. Ich fühle mich wie lange. Es ist noch ein bisschen. Okay, gehen wir, Nocton. Oh, nein. Ich bin ein bisschen. Prompto, kannst du mal sehen? Ah, wir haben jetzt alle 115 Fotos. Ja, am besten Gruppenbild, ne? Ganz so Fotos. Das war noch Zeiten, ne? Die schönen Zeiten von damals. Könnte man wieder zurückblicken, ne? Ah, D. Es geht auch gut. Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Es war da. Oh, das ist nicht schlecht. Es war da. Ach so, das fängt hier vom vorn an. Ich schätze mich denn dafür. Ich schätze mich denn dafür, dass ich das nicht verletzt habe, dass ich das nicht verletzt habe. Das war's. Ja, nicht nur das, das jene, äh, beendet. Oh, äh. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was hast du gemacht? Das war mein Gott. Ich muss keine Worte. Komm, lass es. Ah, den suchen. Der Kastell. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist doch ziemlich super. Das ist doch so wichtig. Das ist das, was ich jetzt schon mal wieder von mir bekommen. Ich bin wieder dabei. Und immer wieder zurück. Ich bin wieder dabei. Das ist das, was ich schon mal wieder hin. Ich werde jetzt mit dem, was ich noch mal wieder. das scheiß pissei da weiß aber auch genau wo wir hingehen unsere trennen kann doch im nächsten jahr das und pferd anwirken wirkt Ah, jetzt. Scheiße. Nein. Was ist der? Nice! Was jetzt? Let's go! Das war die König! Ich bin mir nicht auf. Das war's. Ich werde mal sehen mit dem Kraft, Krystal. Wer ist das? Die König, oder? Die König sind. Ich habe das. Ich habe das. Das ist so richtig, dass du, dein König. Ich sehe kaum was, ey da. Alter, das ist creepy, ich sehe kaum was. Ich sehe kaum was, ey da. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stand by me steh bei mir, steh bei mir ging schnell die credits mein lieber sholly man ist es alle credits haben wir schnell abgekürzt irgendwie finde ich nicht so gut spielaufzeichnen wird vorgesetzt weil du die bloggerszene verlassen hast was wann kommt denn das denn bitte 4 Personen der kämpfe ich sage ich bin da war das noch vorher oder nachher aber nachher geht er nicht also kohlmann es ist die sponsort hatten die ja kohl's 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 Das war's für heute. ja hast du weiter verlaut es kommt die richtung credits ach so ja ich das gewusst also okay naja ja ich habe soweit alles erzählt was ist laut um schön ist es im sieg Quelsen müssen durch einander oder nicht gemacht hat Spaß gemacht so ist der Schluss halt einfach der war ja mega episch gemacht mit dem Feuer Teufel nicht in der SS-Mann einmal weil diese eine da die Zauberkraft mit diesem fehl das war richtig cool gemacht oder Rebus ist in dieser Leech-Form also ich kenne Ulkiora kennt ihr den so ein bisschen sah da aus die ganzen Monster-Designs sahen auch richtig geil aus also gut ab aber die Japaner sind sowieso da die besten Werke die können echt alles keine Ahnung wo die ihre Gedanken sind aber die können echt gut ähm wie soll ich sagen gut ich möchte sich was ausdenken naja hat mich gefreut wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play Tschüss und bis dann えっ happen also gut mü ut sind us us das us e us Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020